Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei unserem Gesundheitsmagazin Fit und Gesund. Am Mikro ist wie immer Kirsten Rinke. Ich bin auch sendeverantwortlich für diese Bürgerfunk-Sendung. Ein schwerer Verkehrsunfall, sexueller Missbrauch, Gewalterfahrung, traumatisierte Erlebnisse in Kriegsgebieten oder auf der Flucht. Es gibt eine Vielzahl möglicher Erlebnisse, die Menschen kaum oder auch gar nicht verarbeiten können. Nicht selten belasten diese Erfahrungen die Betroffenen tatsächlich ihr Leben lang. Manche erkranken beispielsweise an einer sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung und verlieren dadurch soziale Kontakte, Lebensqualität und auch ihren Lebensmut. Hilfe können Sie beispielsweise durch eine Traumatherapie erhalten. Und über die Möglichkeiten sprechen wir in dieser Sendung heute. Mein Gast zu diesem Thema ist Dr. Marc Burlon. Er ist der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie sowie ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Klinik Lüneburg. Freuen Sie sich also auf diese Sendung. Willkommen zurück bei Fit und Gesund. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir wollen in der nächsten Stunde über das Thema Traumatherapie sprechen. Was ist das eigentlich genau und was kennzeichnet eine traumatische Erfahrung? Dr. Burlon, damit möchte ich auch gleich beginnen. Was heißt eigentlich Traumatherapie? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zu der Sendung. Das freut mich sehr, über mein Lieblingsthema sprechen zu dürfen. Traumatherapie ist ja ein Schlagwort, was viele Menschen kennen. Im Grunde geht es eigentlich bei der Therapie darum, eine posttraumatische Belastungsstörung zu behandeln oder die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung. Was wir nicht machen, ist in der Regel das Trauma an sich zu bearbeiten. Also wir haben kein Radiergummi, um die Vergangenheit auszuradieren, sondern wir können die Folgen behandeln. Das ist eine Traumatherapie. Zur posttraumatischen Belastungsstörung kommen wir später vielleicht noch einmal. Aber zunächst, was kennzeichnet eine traumatische Erfahrung? Also was ist ein Trauma? Ein Trauma ist ja auch ein Begriff, der sehr inflationär benutzt wird. Ich sage immer meinen Assistenten, für manch einen ist der Verlust des Hamsters ein Trauma und für andere ist die Tsunamiwelle ein Trauma. Das heißt, es macht Sinn, sich Gedanken zu machen, was das genau ist. Wir vom psychotherapeutischen Standpunkt aus und von den internationalen Leitlinien aus schauen auf ein Trauma als etwas einmaliges, katastrophales, sehr, sehr schweres Lebensereignis. Bei dem es eine massive, zutiefste Erschütterung der Wahrnehmung und des Selbst stattgefunden hat. Das können Unfälle sein, das können Naturkatastrophen sein, das kann sexueller Missbrauch sein, Vergewaltigung und so weiter. Was wir aber auch erleben ist, dass Menschen, die nicht solche schweren Erlebnisse erlebt haben, trotzdem eine posttraumatische Belastungsstörung erleben können. So wissen wir zum Beispiel von Polizisten, die den Unfall selbst nicht erlebt haben, aber am Unfallort waren und den Unfall aufgenommen haben, dass die genau die gleichen Symptome erleben können. Das heißt, es macht Sinn, wenn man da Fragen zu hat, das mit einem Profi zu klären und die Symptome abzuchecken, um dann für sich rauszukriegen, macht eine Behandlung Sinn oder nicht. Fit und gesund haben Sie eingeschaltet und unser Thema heute ist die Traumatherapie. Dr. Burland, Sie sprachen vorhin über posttraumatische Belastungsstörung. So, da möchte ich ganz gerne nochmal ein bisschen näher was drüber erfahren. Was ist es genau? Also, wir sagen, eine posttraumatische Belastungsstörung besteht aus mehreren Einzelsymptomen. Grundlage ist erstmal ein Erlebnis, was einen außergewöhnlichen traumatischen Charakter hat. Da hatten wir gerade drüber gesprochen. Wenn man im Anschluss an solch ein Erleben zum Beispiel Vermeidungstendenzen hat, dass man darüber nicht nachdenken möchte, dass man den Ort des Unfalls nicht aufsuchen möchte, ist das schon mal ein Kriterium einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das zweite Kriterium ist, dass Menschen einschießende Erinnerungen haben an das Trauma, an den Unfall zum Beispiel. Dass sie nicht kontrollieren können, wieder an den Unfall erinnert zu werden. Zum Beispiel fahren Menschen dann mit Bus und Bahn danach und plötzlich kommen die Erinnerungen an den Unfall. Und die Konsequenz daraus ist dann, dass Menschen vermeiden, im Straßenverkehr sich weiter zu bewegen. Und somit haben wir die beiden Kriterien Vermeidung und einschießende Erinnerung schon mal benannt. Und andere wiederum haben starke Albträume von dem Ereignis nach dem Unfall, dass sie nachts schweißgebadet aufwachen und das Gefühl haben, sie haben den Unfall gleich noch mal erlebt im Albtraum. Was wir auch wissen ist, dass Menschen versuchen zu verstehen, was ist hier eigentlich mit mir los. Wir reden von Menschen wie Sie und ich, die eigentlich sagen, ja, psychisch bin ich stabil. Jetzt passiert mir ein Unfall und ich habe auf einmal genau diese Symptome. Ich habe Albträume, ich habe einschießende Erinnerungen. Da stimmt doch was nicht mit mir. Oder bin ich etwa daran schuld, an dem, wie es gerade ist? Bin ich an dem Unfall schuld? Warum ist zum Beispiel der Geisterfahrer auf der Autobahn gefahren? Ich verliere den Glauben an die Menschheit. Ich verliere das Vertrauen in die Menschheit. Bei einem Überfall kann ich ganz große Zweifel an der Zuverlässigkeit und dem Vertrauen bekommen. Das heißt, meine Gedanken fangen an zu drehen und sich immer um den Unfall zu drehen und stellen mich und die Welt in Frage. Das wäre sozusagen das dritte Symptom. Und das Letzte und vielleicht auch in manchen Punkten gravierendste ist, dass Menschen sehr viel Wut entwickeln können, sehr angespannt sind. Was zum Beispiel Familienangehörige dann erleben, dass sie die Kinder anschreien, die Ehefrau anschreien, eine ganz kurze Leitung haben für Probleme. Das nennen wir den Hyperarousal, dass Menschen da sehr, sehr angespannt sind, was das soziale Umfeld dann sehr beeinträchtigen kann. Das sind die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die klären wir ab mit einem Patienten. Und dafür gibt es sehr effektive und gute Behandlung. Über die Behandlung möchte ich natürlich in dieser Stunde auf jeden Fall auch nochmal sprechen, dass Sie uns so ein bisschen was mit an die Hand geben. Fit und gesund haben Sie eingeschaltet. Dr. Burlan, wir hatten gerade über die posttraumatische Belastungsstörung gesprochen. Welche Reaktionen sind eigentlich normal und unter welchen Umständen können Betroffene die Erlebnisse so verarbeiten, dass sie ihr Leben mehr oder weniger unbelastet tatsächlich weiterführen können? Also wir alle haben Erlebnisse im Verkehr, im Familiären und so weiter, wo es auch zu traumatischen Erlebnissen kommen kann. Fahrradunfall, Autounfall und so weiter. Aber nicht jeder entwickelt eine posttraumatische Belastungsstörung. Das heißt, selbstverständlich ist es so, dass wir beeinflusst werden von schlimmen Erlebnissen. Und die meisten Menschen, was machen die ganz automatisch danach? Die reden darüber mit ihren Angehörigen, erzählen von dem Unfall und so weiter, sodass es in einem ganz, ganz großen Anteil der Fälle zu einer Selbstheilung kommt. Es gibt jetzt die besonderen Fälle. Und wir wissen heute leider noch nicht zu 100 Prozent, bei welchen Menschen kann es zu einer posttraumatischen Belastungsstörung kommen und bei welchen nicht. Was wir aber wissen ist, dass das traumatische Erlebnis einen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit hat. Also, umso mehr menschengemachte Traumata da sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickle. Zum Beispiel eine Vergewaltigung, Kriegserlebnisse und so weiter. Umso mehr bekomme ich die Frage, warum ich? Warum tut dieser Mensch das? Und ich kann das einfach nicht vergessen. Das heißt, wir dürfen erstmal darauf vertrauen, dass Menschen eine gute Selbstheilung haben. Wir dürfen auch darauf vertrauen, dass es nach schwerwiegenden Erlebnissen normal ist, belastet zu sein. Wir dürfen auch darauf vertrauen, dass es wichtig ist, darüber ins Gespräch zu kommen. Und wir als Profis sind dann die Vertreter, die helfen, wenn es einfach von alleine nicht weggeht. Genau. Und wenn ich diese Symptome habe, auch damit einfach nicht klarkommen, dann spätestens dann sollte ich mir Hilfe holen, nicht? Ja. Wir haben da natürlich so Zeitkriterien, die wir wichtig empfinden. Ich würde sagen, wenn man vier Wochen nach so einem Ereignis noch nicht merkt, dass der Schlaf wieder normal wird und dass die Gedanken nicht ständig kreisen und dass der Weg zur Arbeit, wenn man einen Unfall auf dem Weg zur Arbeit hatte, dass man den wieder normal fahren kann, dann macht es Sinn, sich schon mal Hilfe zu holen und sich zu beraten. Weil, was wir auch wissen ist, wenn die Symptome sechs Monate anhalten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann weggehen, eher gering ohne Hilfe. Dr. Burlan, welche Formen von Trauma-Folgestörungen gibt es denn, wenn ich also ein Trauma entwickelt habe? Das ist ja unser Thema hier in der Gesundheitssendung heute. Ja, welche Formen gibt es? Also wenn Menschen schlimme Sachen erlebt haben, dann gibt es eine Vielzahl von Reaktionen darauf. Wenn Sie zum Beispiel in unsere psychiatrische Klinik kommen, in die unterschiedlichsten Abteilungen, dann kann die Ursache für die aktuelle psychische Problematik wie Depression, Abhängigkeit, Psychose, Persönlichkeitsstörung kann darauf basieren, dass Menschen als Kinder sehr schlimme Dinge erlebt haben, wie sexueller Missbrauch. Das heißt, es gibt auch Stimmen in der Psychiatrie, die sagen, dass die Erlebnisse in der Kindheit solch eine massive Auswirkung haben und so gefährlich für den weiteren Verlauf und für die Gesundheit sind, wie das Rauchen zum Beispiel. Das heißt, man kann aufgrund eines Traumas viele psychische Erkrankungen entwickeln und eine posttraumatische Belastungsstörung. Wie ist die Diagnose einer Trauma oder wie erfolgt die Diagnose einer Trauma-Folgestörung denn zum Beispiel, wenn das Trauma tatsächlich so intensiv verdrängt wurde, dass sich die Betroffenen kaum noch oder auch vielleicht gar nicht mehr daran erinnern können? Ja, das kommt bei uns häufig vor, dass Menschen in der Kindheit sexuell traumatisiert worden sind und mit ganz anderen Fragestellungen zu uns kommen, zum Beispiel wegen einer Alkoholabhängigkeit. Für uns ist es wichtig, dass wir dieses Fenster, so würde ich es nennen, für die Vergangenheit auch öffnen. Das heißt, wir versuchen mit den Menschen darüber ins Gespräch zu kommen und anzubieten, auch über die Dinge der Vergangenheit zu sprechen. Wir nennen das so ein Screening, dass wir diese Möglichkeit eröffnen. Wir erleben dann häufig, wenn das Menschen sehr bereit dazu auch sind, über die Traumatisierung in der Kindheit zum Beispiel zu sprechen oder in der Jugend, Vergewaltigung zum Beispiel. Und wir erleben dann auch, dass wir in einer strukturierten Therapie dann diese, dass die Symptomatik dann erstmal mehr wird, weil die ja jahrelang unterm Teppich war. Und gleichzeitig erleben wir aber am Ende der Therapie eine deutliche Verbesserung der Symptomatik. Wie die Therapie dann vonstatten geht, beziehungsweise die Behandlungsmöglichkeiten, die Sie haben, da würde ich ganz gern gleich in ein paar Minuten nochmal drauf eingehen. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es, wenn ich ein Trauma entwickelt habe und wie werden die durchgeführt, Dr. Borland? Darüber reden wir ja heute in dieser Stunde. Ja, wenn ein traumatisches Erlebnis vorliegt und wir können die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung feststellen, dann besteht die Indikation zur Traumatherapie. Da gibt es verschiedene Verfahren und ich würde mal sagen, im Vergleich zu vielen psychotherapeutischen Verfahren sind die sehr, sehr gut evaluiert. Wichtig ist erstmal zu wissen, dass Traumatherapie eine sehr kurze Therapie ist. Wir reden hier von 10 bis 15 Sitzungen, um die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung erstmal zu verbessern. So schnell geht das. Kann das tatsächlich gehen, ja? Ja, es kann sogar noch schneller gehen. Wir erleben nach Unfallfolgen, dass die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung schon innerhalb ein paar Stunden verschwinden. Welche Verfahren gibt es? Wir hier im Haus verfolgen das Verfahren der Prolonged Exposure. Das kommt aus den USA und wir lehren das auch hier und geben Trainings dazu. Und letztlich ist es nichts anderes, als dem Menschen die Gelegenheit zu geben, in einer strukturierten Form darüber zu reden, was passiert ist. Nicht mehr und nicht weniger. Aber manchmal, wenn man es mit Freunden, wenn man es mit Angehörigen macht, ist es wahrscheinlich auch schon hilfreich, aber es reicht nicht immer aus, oder? Ja, also deshalb, was ich vorher gesagt habe, ich glaube, das ist die erste und normalste Reaktion, ist das mit Angehörigen zu besprechen. Jetzt haben Angehörige manchmal die Eigenschaft, vor allem, wenn es um schlimme Traumatisierungen geht, wie sexuellen Missbrauch, dass das schwierig ist, das mit Angehörigen zu besprechen. Also sagen wir mal, mein klassisches Beispiel ist, ich habe mal aus Versehen einen Fuchs totgefahren in der Dunkelheit und ich habe dann auch Pontius und Pilatus angerufen und mit denen das alles besprochen und dann war das Erlebnis verarbeitet. Einen sexuellen Missbrauch kann ich natürlich nicht einfach mit meinen Freunden und mit meiner Familie besprechen. Das zweite ist, dass Angehörige oft auch so reagieren, indem sie sagen, Mensch, es ist doch eigentlich alles gut, es ist ja lange her, warum sollen wir da jetzt nochmal drüber sprechen? Das ist total verständlich, weil die Angehörigen ja auch keine Profis in dem Sinne sind. Da treten wir dann auf den Plan. Für uns ist es dann nichts anderes, als Menschen zu ermutigen, nicht zu vermeiden, darüber zu sprechen, das nochmal durchzuerzählen. Und das Erstaunliche ist, dass Patientinnen und Patienten, sobald die anfangen, diese Vermeidung zu überwinden, auch eine Besserung ihrer Symptomatik merken. Ich sage immer, das Tolle an der Therapie ist, zu sehen, wie Menschen Lebenserfahrung in der Therapie direkt sammeln. Das heißt, der Schlaf wird dann besser, die Gedanken drehen sich nicht mehr, die Aggression wird weniger und so weiter. Wie ist es mit den Medikamenten? Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das Reden ist ganz wichtig. Und dann kann es tatsächlich durchaus sein, dass es doch recht schnell geht, dass der Patient, die Patientin sich besser fühlt und das überwunden hat. Kann man das so sagen? Ja, überwunden ist ein schönes Bild. Es gibt auch die Metapher, es zu verarbeitet zu haben. Ich benutze oft als Arzt dann die Metapher, es ist wie eine Wunde auf der Seele. Viele haben mal einen Fahrradsturz gehabt und dann war die Wunde danach schmutzig. Und da muss man sich hinsetzen und die Wunde langsam oder schnell sauber machen. Und so funktioniert Traumatherapie auch. Wir sitzen dann gemeinsam da und reinigen Sitzung für Sitzung die Wunde, damit sie verheilen kann. Eine dreckige Wunde vernarbt schlecht, aber eine saubere Wunde kann gut verheilen und zurückbleibt dann in der Regel eine Narbe, auch auf der Seele. Das heißt, das wird in Zukunft auch nochmal hier und da zwicken, aber nicht mehr schmerzen. Kurz zurück zu Medikamenten. Helfen die? Gibt es welche dafür? Also es gibt zugelassene Medikamente zur Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung und gleichzeitig ist die Studienlage und auch die Erfahrung so, dass diese Wunde mit Medikamenten nicht heilt. Also es ist in der Regel dann so, dass man da ein Pflaster drauf klebt und ein Pflaster auf eine dreckige Wunde führt dazu, dass es dann weiter eitert und schmerzt. Deshalb würde ich das als Hilfe, kann man das zu einer Psychotherapie sicherlich anwenden und gleichzeitig ist es als alleinige Therapie auf keinen Fall ausreichend. Dr. Burlan, ich würde Sie ganz gerne nochmal fragen, sind alle Traumafolgestörungen denn behandelbar? Weil wir reden ja hier über Traumatherapie in unserer Sendung. Ja, sind sie behandelbar? Alle? Oder gibt es Ausnahmen? Alle sind behandelbar und ich finde es wichtig, dass ich als sozusagen Traumatherapeut die Hoffnung und den Glauben, dass alle Folgen eines traumatischen Erlebnis auch linderbar sind. Die Frage ist halt, wie kann jemand dann mit einer Teilsymptomatik oder einer verbesserten Symptomatik oder ohne Symptomatik leben? Also nehmen wir an, jemand hat eine posttraumatische Belastungsstörung, das können wir auf jeden Fall so heilen, dass die Symptome nicht mehr da sind. Die Erinnerungen an das schlimme Erlebnis, die sind ja weiter da. Hat jemand eine Alkoholabhängigkeit entwickelt aus seinem kindlichen Missbrauch oder sexuellen Missbrauch in der Kindheit, dann können wir dann natürlich auch die Alkoholabhängigkeit behandeln und gleichzeitig hat eine Abhängigkeit wieder eine andere Problematik. Die ist per se an sich steckt ja schon im Namen drin. Eine Abhängigkeit hat man dann auf jeden Fall lange, lange mit zu tun, mit Rückfällen und so weiter und so weiter. Das heißt, das Wichtige ist, das Trauma und das Erlebnis erstmal zu benennen und in eine Traumatherapie zu kommen. Und die Ergebnisse dieser Traumatherapie sind so gut, dass die auch alle möglichen, wir nennen das Komorbiditäten oder Probleme, die daraus entwickeln, wie Alkoholabhängigkeit, Depression, dass die auch alle besser werden. Auf jeden Fall ist das eine sehr gute etablierte Therapie. Genau, also im Grunde genommen kann man fast alle Menschen, die ein Trauma haben, es kommt darauf an, welches, das sagten Sie ja, aber behandeln. Ja, also was wir zum Beispiel auch wissen aus der Forschung und aus Studien, ist, dass Menschen mit schizophrenen Erkrankungen auch in der Kindheit schlimme Dinge erlebt haben. Und wir wissen auch, dass Menschen mit solchen Erkrankungen große Probleme haben, in Psychotherapie zu kommen, weil es da eine lange, lange Tradition gibt, diese Menschen eher nicht psychotherapeutisch zu behandeln. Aus neuen Forschungen wissen wir aber, dass Menschen mit Psychosen aus dem schizophrenen Formkreis, dass die sehr wohl auch von Psychotherapie profitieren. Und genau das möchten wir hier auch im Haus anbieten. Und das kann auch das Erleben von psychotischen Symptomen verbessern, wenn man die Traumatherapie durchführt und über die Vergangenheit spricht. Genau, also abschließend vielleicht, wie sind die Heilungschancen einer Traumatherapie? Das sagten Sie ja schon im Laufe unseres Gesprächs ziemlich gut und auch oft sehr schnell heilbar. Möchten Sie dem noch was hinzufügen? Also als Traumaexperte bin ich natürlich sehr von der Methode überzeugt und würde sagen, dass das ein sehr erfolgreiches Therapieverfahren ist. Wenn wir jetzt in die Studienlage gucken und das vergleichen mit anderen Psychotherapieverfahren, dann ist es vergleichbar mit der Behandlung von Depressionen und so weiter. Also wir haben gute Ergebnisse in einer relativ kurzen Zeit. Aber wir haben zum Beispiel auch Menschen, die eine Traumatherapie nicht abschließen. Aus welchen Gründen auch immer. Ähnlich wie bei anderen Psychotherapieverfahren. Und da liegt die Abbruchrate so bei ca. 15%. Das ist nicht mehr und nicht weniger als bei anderen Verfahren auch. Fit und gesund haben Sie eingeschaltet. Und unser Thema heute ist die Traumatherapie. Was wir noch nicht besprochen haben, Dr. Burla, noch mal ganz kurz bitte. Was ist mit der ersten Hilfe nach einem traumatischen Erlebnis? Selbstverständlich sind nicht nur Menschen körperlich beeinträchtigt, nach einem schweren Unfall zum Beispiel, sondern auch die Psyche. Und es gibt da sogenannte Kriseninterventionsteams, zum Beispiel vom Roten Kreuz, die dann direkt in den Unfallort fahren, um auch Menschen psychischen und seelischen Beistand zu geben. Wir wissen, dass es gut ist. Und wir laden auch alle dazu ein, nach solchen Erlebnissen sich frühzeitig Hilfe zu holen. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass es wichtig ist, Menschen die Möglichkeiten der Selbstheilung zu geben. Also im Familienkreis, im sozialen Kreis, im Freundeskreis, sich da erst mal auszutauschen. Weil wir auch wissen, dass wenn man zu schnell, zu intensive, professionelle Hilfe anbietet oder durchführt, dass Menschen, die gar nicht so belastet sind, auf einmal eine Belastung erleben. Soll heißen, wer schlimme Sachen erlebt hat, soll gerne frühzeitig sich Hilfe holen und sich beraten lassen. Zum Beispiel führe ich das dann so durch, dass ich Menschen, die direkt nach einem Trauma zu mir kommen, dass wir erst mal gemeinsam gucken, was sind überhaupt für Probleme, welche Probleme treten auf, um auch Selbstheilung erst mal zu beobachten. Und wenn es dann eine posttraumatische Belastungsstörung gibt, dann kann man immer eine Traumatherapie machen. Nochmal ganz kurz zurück zur ersten Hilfe. Ich bin am Unfallort, jemand hat oder auch Kinder haben es miterlebt, mitgesehen. Wie würden Sie da vorgehen? Ja, ich glaube, wichtig ist, sich dem Menschen zuzuwenden. Vor allem wissen wir an Unfallorten, sind die, die am stillsten sind, brauchen eigentlich die meiste Zuwendung erst mal. Und gerade auch, was psychische Fragen betrifft, ist es wichtig, dass wir menschliche Zuwendung und Fürsorge zuteil kommen lassen, um dann auch zu fragen, was ist los und was ist der Bedarf, um Menschen da abzuholen, wo sie stehen. Weil die Bedarfe und die Probleme können ganz, ganz unterschiedlich sein. Was hat jemand erlebt? Was hat jemand gesehen? Und so weiter. Wo wir zögerlich sind, ist die ganze Batterie an Traumatherapie gleich loszulegen. Das halten wir im Hintergrund, sondern wir holen erst mal die Leute da ab, wo sie sind. Und Fürsorge und Zuwendung ist das Allerwichtigste erst mal. Wenn ich ein Trauma entwickelt habe, Herr Dr. Burlan, meine abschließende Frage, an wen kann ich mich wenden? Also einmal ist es, glaube ich, wichtig zu unterscheiden, in welchem Kontext ist das Trauma passiert. Wenn es im Bereich Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit und so weiter ist, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man das mit dem Arbeitgeber klärt. Weil dort gibt es ein zweites Hilfesystem über die Berufsgenossenschaften und die Unfallversicherung. Da kommt man sehr schnell in Behandlung. Wenn man einen Unfall erlebt hat im privaten Bereich, dann ist es sicherlich hilfreich mit seinen Symptomen entweder im Krankenhaus oder dann im Hilfesystem, Hausarzt oder Orthopäde, wo man landet, diese psychischen Dinge anzusprechen. Wenn man von sich aus schon merkt, die Psyche ist belastet, ich schlafe schlecht, ich habe kreisende Gedanken, ich traue mich nicht mehr in den Unfallhort, dann kann man selbstverständlich auch direkt zu uns kommen, in die Psychiatrie, in unsere Ambulanz und sich dort in der Notfallsprechstunde oder auch so einen Termin holen lassen, um eine Gelegenheit zu haben, das mal durchzusprechen. Ist das noch normal oder nicht? Und was muss ich tun? Soll ich warten oder soll ich schon in eine Therapie einsteigen? Das grundsätzlich Allerwichtigste ist, seinen Freundeskreis, Angehörige und Bezugspersonen ruhig mit zu involvieren und sich gemeinsam zu beraten. Das war es schon wieder unsere Sendung Fit und Gesund. Schön, dass Sie dabei waren. Recht vielen Dank auch an meinen Gesprächspartner. Wir sprachen über die Traumatherapie heute. Wir haben viel von Dr. Marc Burlon gehört darüber, wie ist sie behandelbar, wie kann so ein Trauma entstehen, woran erkenne ich, dass ich dann zum Beispiel auch nicht in der Lage bin, ein traumatisches Erlebnis zu verarbeiten. Sind Traumafolgestörungen behandelbar und er hat uns auch ein bisschen die Heilungschancen mit auf den Weg gegeben, an wen man sich auch wenden kann. Das und mehr haben wir beantwortet bekommen von ihm. Dr. Burlan ist Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie sowie ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Klinik in Lüneburg. Vielleicht konnte er Ihnen auch da draußen ein bisschen helfen und Anstöße geben. Mein Name ist Kirsten Rinke. Ich war auch sendeverantwortlich für diese Bürgerfunksendung und ich würde sagen, bleiben Sie fit und gesund, achten Sie auf sich selbst und vor allem genießen Sie alles, was Sie tun. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.